Mr. Dixi-Clobe Zähl dich an und dann gehst du K.O. Hallo und willkommen bei dem Minecraft Team. Heute nur zu dritt, ach ne zu viert, Michi kommt auch noch. Also Ciara ist nicht hier zu sehen. Irgendwo und mit kaputten Mikro, das heißt er kann erstmal nichts sagen. Dann hier hüpfende Malitius. Hallo. Und Zählte ist Blake. Hi. Du meister Quatschkopf Malitius. Meister Quatschkopf. Mr. Dixi-Clobe. Boah mein Gott, irgendwie leckt das wieder ein bisschen. Lecken ist nicht gut. Bin dir auf den Kopf gesprungen. Lecken ist besonders gut. Wir hätten hier was hingebaut. Das war ich. Was soll das sein, ein Knast? Das ist das, was ich machen wollte noch. Ach so. Jeder, der Grips hat, weiß, was das werden soll. Hast du angefangen, das zu bauen? Äh, ja. In der vorletzten Folge. Okay. Ja, vorletzten schon. Okay, ich habe jetzt in den letzten Folgen nicht komplett gesehen gehabt. Ja, die anderen beiden habe ich ja heute erst reingestellt. Ja, genau. Weil Getut bei mir in der Woche voll rumgespackt hat. Hm. Na ja, ich schalte jetzt nochmal gut an. So. 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 Ich ernte gerade mal unser Melonenfeld. Wie kommst du nicht auf den Server? Mali, was hältst du von Holzboden im Gerichtsgebäude? Mali, sollen sich nicht mal was anderes sehen? Nicht immer Holzboden, das sieht doch langsam öder aus. Lehmboden? Kann man Lehmboden machen? Nein. Wo ich bei mir in der Hütte hatte. Jeder macht das weiter, was er beim letzten Mal aufgeregt hat, oder was? Ja, ja. Ich wollte das weiter weiter. Na, weiß ich nicht, was wir machen wollen. Ich mach meinen Angstpunkt da weiter. Okay. Wir können dann Holzboden machen, bevor wir wieder stundenlang überlegen. Ja. Aber ich suche mir Tanne. Ich will dunklen Holzboden haben. Komm, wir gehen. So ist Marci. Warte, ich bin gleich bei dir. Warte! Ich fach gerade Felder abernten. Wo bist du? Ich bin da entfascht. Eine Schnee regeln zu können. Da war hier hinten Schnee. Wo bist du? Da hinten bist du. Ich hab dich gesehen. Wo? Hinter, ich bin hinter dir. An der Truhe. Ah. Hast du was zu haben? Happa, Happa? Happa, Happa! Oder Benni hat's verfahren. Warum hab ich 64 Hühnchen? Aber ist cool. Ich nehm gerne Hühnchen. Boah, Musik mal kurz reiser machen. Und das. Oder andere. So, ich guck mal kurz auf den Dünen. Okay. Ja, hier waren ja die Elfen. Haben die eigentlich noch Schnee dran, Kahn? Weiß nicht. Ich brauche ne Axt. Ja, und ich muss noch Sachen ablegen. Ähm. Ja, das stimmt, das stimmt. Das war ja da, wo ich das letzte Mal in der letzten Folge kurz vor dem armen Ende alles reingetan hatte. Ja, ich brauche erstmal Eisen. Ja. Ja. Was für? Für ne Axt. So. Ich dachte für ne Spiegelrüstung. Zieh aber. Ja jetzt ist er da. Also er kann nicht sprechen. Naja. Kann ich auch nicht fragen. Aber eigentlich hat er öfter solche Probleme. Dann merk ich schon. Mann, 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 Mann. So. Ich komm dann auf die Erde mit, dann kann ich noch ein paar Sachen flicken, bevor er los war. Warten schnell. Hoffentlich nehm ich auch glücklich. Und wie krass. Ja. So wie gestern in der Fail-Aufnahme von den Hunger Games. Irgendwie brauche ich noch Pfeile. Ich auch. Warte mal, hä, warum habe ich nen verzauberten Bogen in der Hand? Pfeile kannst du machen. War vermastet ja, glaube ich. Wie, wie macht man Pfeile? Ich hab den verzauberten... Verzauberten Bogen ist von dir? Ja. Nein, ich hab auch einen bei. Beziehungsweise... Ich hab noch ne zweite Deerhack gebraucht. Hab ich zwei Deerhacken? Das ist gut. Vielleicht eine Deerhack von mir? Marfi. Weil wir... Was, Chris? Du nimmst Dickies, ähm, Feuerstein und Federn. Später. Oh ja, klar. Ich weiß nicht, wo wir das alles haben. Aber können wir das später machen. Du sagtest, du hast zwei Äckste, ja, Patrick? Ne, ich hab zwei Hacken. Zwei Hacken? Hm. Zwei Arschhacken. Eine kannst du mir geben. Ist in der Truhe. Ich komm jetzt mal hoch. So. Aber was ich jetzt hab, wird eh noch nicht reichen. Hehehe. Ich guck mir das mal, vielleicht find ich ja raus. Boah, der Server lag grad ein bisschen, aber wirklich. Das wird bestimmt ein Schloss. Lag das bei euch nicht, oder? Ja, geringfügig. Noch geht's. Okay. Ja, siehste, ich hätt Lukas fragen können, ob er noch will. Ich hab ihn nämlich Samstag gesehen, der war auf dem Konzert noch drauf gewesen. Schade. Was ist das? Also Max hätte drauf fragen können, oder? Wen? Max. Nein. Ja. Aber mit ihm schreib ich ja nicht mehr so oft. Paddy, wo bist du? Max von Moritz. Ich bin vor dem... Hier, genau da bin ich. Hinter dir. Boah, warum bleibt das Server? Hör doch mal so. Keine Ahnung. Aber ich hab da ganz viele Tennen gesehen, die müssen uns beruhigen. Ja. Okay. Okay. Okay, mich. So. Okay. Na ja. Ich hätte echt mal schlafen gehen sollen und ich drück nach dem Bein. Warum tust du auch so was? Hm. Weil wir auch nicht. So. Ich glaub ich, muss noch was neu steigen. Aber das leckt echt ganz schön bei mir. Na, bei uns geht's. Egal, wenn die die Server-Adresse sehen, die kommen ja eh nicht drauf. Wohl da. Ich hab ne Höhle gefunden. Cool. Genau unter uns. Hm. Ah, ich hab keine Fackeln dabei. Ikonisch. Oh. Na ja, können wir's vergessen. Egal. Nicht so schlimm. Ne, ich will ja wie du hier bauen lieber. Ich will das fertig gebaut kriegen. Ich wollt, ne ich meinte nur fucking ähm. Und hier wegen... ...das hier nicht so spawnt, weißt du. Ich will ja hier einfach mal bauen. Ihr wollt gar nicht. Wir wollen alles. Du willst überhaupt nicht. Hier, ne Hütte. Dann gehört in die Hütte. Ach so, das ist die von Max immer noch. Hm. Doch, stimmt. Die zwischen den Bäumen. Das mag sein. Jetzt nicht mehr. Zwischen den Bäumen. Zwischen den Bäumen. Wir brauchen die Bäume hier abgebrochen, Tanne. Ja, aber eigentlich war das sein. Naja, kann auch sein. Kann auch so bleiben. Ich meine nur, dass es nicht mehr zwischen den Bäumen steht. Na komm, wir suchen uns was anderes. Wir haben doch Pant heute unseren Bäumen. Ja. Ja, eigentlich schon. Freddy, wo bist du? Ach so, explodieren die Creeper jetzt wieder? Nö. Ja, hab ich vergessen. Also, explodieren, ja. 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 Nein, jetzt hab ich denn Sachen. Hast du meine Sachen? Ja. Ich hab's ja noch heute sagst hier. Wahrscheinlich vom Zombie. Ja, da, 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 da. Das war, glaub ich, der Eins. Das geht Penn, wenn ihr solche Angst habt. Wir haben keine Angst. Du hast besonders viel Angst. Ja. Eigentlich. Gilbert, du sagst es im Dorf. Ja, ist das nicht wirklich gestartet? Da, 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 welches? Michi sollte sich mal einen neuen Rechner zurecken Ich glaube das hat er doch circa schon Oh Gut, dann kann ich für euch nichts mehr garantieren Damit sind wir noch nicht mit Hallo, hör mal auf zu lecken, ich kann hier nichts bauen, was Mal eine Füße Als du gerade rumkriegst Warte, jetzt geht's Wenn ich du mag, ich weine nicht rein Nur war ich nachts mit meinem Schnüffeltuch im Bett, Leo und weine Ja, ich auch Cool, wir haben was gemeinsam Das war ja klar Haben wir irgendwann Pyjamaabend Pyjamaabend Ich suche extra mein Winnie-Pooh-Pyjama an Ich zieh mir meinen Justin Bieber Schlüpfer Cool Und dann sehen wir uns schöne Filmchen an Ja, Twilight Titanic Zum Weinen Ja, Mann Dann können wir gemeinsam Schau auf, Mann Dich bringe ich echt noch dazu, Marcy Sowas Twilight Nein Aufnehmen Achso, immer noch wegen dem Quatschen Ja Wenn ich selbst aufnehme bin ich dann bestimmt richtig schlecht Ach, Quark Ja, du quatschst doch jetzt auch schon so Zu Anfang an wärst du aber auch nicht so sehr wie jetzt Na, es dir eingewinden Das hätte ich immer brauchen Ja, aber Du musst nur mit dir selber labbern Das machst du aber auch gerne Ne? Ja Ja, man muss das alles ein bisschen Vor allem, wenn man sich nicht mehr Man muss sich ein bisschen in das Spiel reinzuzieren Wenn ich überlege Immer wenn ich Skyrim spiele oder sowas Quatsch ich auch immer auf Wo er mir keiner zu hat Da kommen immer irgendwelche Monster Immer wenn ein Monster kommt sage ich Hallo Hi Monster Hallo Wollen wir gehen? Boah Kein Platz mehr Wie viel Holz hast denn du? Was? Alter, was macht das Skelett in meinem Haus? Warte mal kurz Ich muss das Skelett Das ist mein Typen, was ich in meinem Haus hier eingenissert habe Stirb Das ist doch dein Lebenspartner Dann werde ich in nächster Zeit mein Haus bauen Ja Das ist doch schönes Patrick Ja, ich bin schön Aber ich glaube wir müssen unser Gelände ein bisschen erweitern Er hat gesagt, weißt du was schön ist? Ja, ich bin schön Ich hab zwei Wochen Urlaub Ja, toll Ich nicht Weil wenn ich dies Du hattest ja erst Urlaub Zwangsurlaub Ja, Zwangsurlaub Wie, bist du gefeuert worden? Du? Hm? Nein, ich frag Er meinte dich Ach, er meinte mich Ja, ich hatte zwei Wochen Zwangsurlaub Genau Was ist das? Gibt einer von euch Ben? Ben müssen mit dem Master fangehen Also wir beide brauchen ja nichts Nein, doch Jetzt geht aber wieder draus Nein, ich meine Wir beide brauchen nichts eingehen Ich geh gleich mal Warte mal Server ist eigentlich so eingestellt Also wir als OP brauchen nichts eingehen Ich habe mal eine Kilo brauchen ja Ich hänge mal einen Stein dran Immer wieder gerne, Leute Danke, Marty Oh, dankeschön Ich mach den 5,60 Euro Hey, was macht denn das Schweinchen hier? Ich stelle auf Schweinchen So, Patrick, hast du jetzt was gefunden an Tannenloops? Ja, ich hab ein bisschen was. Wie viel hast du denn? Oh Gott, eins, zwei, drei, vier, ich glaub acht, ne sieben Stacks. Sieben Stacks? Unverarbeitet. Sieben Stacks unverarbeitet. Ich hab zwei. Ich denk mal das reicht, oder? Das reicht, oder Patrick? Ich bin doch verrückt, das alleine zu machen.